Alles klar, es glaubst. Ja, und damit begrüßen wir euch jetzt recht herzlich bei Rocket League Doppel heute wieder. Mein Name ist Frank Buschmann, an meiner Seite Manni Bräugmann. Ich hab grad noch ein Video von den beiden gesehen und es ist echt, es ist einfach lustig, du sitzt einfach mit dem Grinsen, die Team sind echt mega sympathisch, ey. Ja, vor allem der Buschi, ne? Aber ich wusste gar nicht, dass der Manni Bräugmann so alt ist, ey. Ich hab da noch nicht immer den neuen Jahr angeguckt, die hatte ich auch schon vorher mal gesehen, diesen Wolf, heißt der irgendwie, Wolf Fuss oder Fuß oder so. Der ist, ich find den total gut, der kann nicht kommentieren. Ja, kann der wirklich, aber der ist, der ist ja im Kontrast dazu, ist der richtig jung, oder? Das ist ja dann so ne krasse Stimme. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Der hat ne richtig tiefe Stimme, das ist. Ja, ich find das ist ein geiler Beruf, der ist ein Synchronsprecher, wenn du so ne geile Stimme hast. Das gibt's nicht, sehr gut. Da liegen ja dann auch die Frauen zu Füßen, jetzt schon halt. Da kommt der Ball doch schneller runter als, äh... Bump me. Bump me. You're going backwards. Deiner. Ah. Tor. Ne. Oh. Scheiße. Passt. Ich hoffe, du bist da. Oh, das war ein bisschen zügig. Ah, ich hab, ich hab einfach Pressball. Ah. Boah, beide weg, beide weg. Nein. Ui. Extra gesprungen, ey. Der geht nicht, der geht nicht. Ganz ruhig. Oh, ich bin Percy Jackson mäßig hier da. Boah. Der hat den Boost, der ist jetzt wieder der Sack. Scheiße, ich krieg den natürlich auch noch. Ich hab auch... Boah. Boah, das hat genau gereicht. Bisschen abgebremst. Nein. Ich war aber auch die ganze Zeit auf Null hier. Scheiße. Okay, wartet, ey. Was macht der da? Ja, der wartet. Komm, komm, komm. Der kommt. Boah, geil. Zucker. Jawohl. Thank you. Da war ich doch ein Tanken zu weit entfernt. Hast du den? Ja. Scheiße. Boah, freies Tor. Ja. Nein, jetzt. Easy. Geil. Ey, das läuft jetzt hier nicht. Ich schlafe das Lied, ey. Das wäre auch ein Sohn. Ich würde ja auch gerne während des Videos Musik laufen lassen. Aber ist ja nicht erlaubt. Vor allem Cut Night Joe, ne? Das ist dann... Er ist natürlich ganz stark geschützt. Da ist die Gäber natürlich ganz schön auf Zack bei solchen aktuellen und erfolgreichen Titeln. Ja, können wir meine Musik laufen lassen. Das ist ein bisschen Werbung für mich. Ah, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht. Irgendwie über dem PC kann man das bestimmt irgendwie hinkriegen. Ich wollte den eh nicht. Wie gesagt, dir steht immer frei, ne? Ja. Ja, du musst ihn ja nur reindrücken. Jawohl. Das war auch günstig jetzt von denen hier. Ich bin der Oktobus. Aufstieg. Ich hab... Video hat, da hab ich so eine Platin 3 stattgefunden bei mir. Echt? Ja. Seitdem ist viel passiert, wie man sieht. Ich trinke mir hier einen Schluck. Wo bist du denn jetzt? 2-2. Okay. Du? Ich bin 1-3. Ne, ich bin auch 2, glaub ich. Ich müsste jetzt, aber wenn wir gewinnen, auch aufsteigen, glaub ich. Wenn wir immer noch einen versetzt sind, dann ja. Naja, wir haben mittlerweile ein paar Spieler nicht zusammengespielt und dann sind wir natürlich unsynchron. Wenn man das synchron nennen konnte. Oh. Nein, nicht. Ah, der kommt zurück. Sehr schön, Alter. Boah, Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass du den so nimmst, ey. Ich bin hierhin hinterhergefahren. Perfekt, ey. Den musste ich aber auch treffen. Wenn der vorbeigegang wäre, freies Tor, ey. Das war wieder so eine risky Aktion. Ja. Jetzt durchbringen. Ah. Jawohl. Ach, scheiße. Ich frage mich, ob es da irgendwie Abklingzeiten gibt, die, wo man an der Decke kleben kann, weil ich war gerade echt sehr lange, gefühlt sehr lange, ganz oben an der Decke. Bestimmt. Ja, irgendwann fällt es automatisch runter. Ja, ja, aber... Ah, scheiße. Nee. Nein. Nein. Der Sprung. Ja. Der hat Zeit gekostet. Hätte ich den... Hätte ich den nicht gemacht, hätte ich den... Hätte ich den vielleicht noch besser kriegen können, irgendwie. Jawohl. Oh, jetzt rein damit. Machste. Schön. Gut, dass der vorbeigefahren ist. Ja, wir waren gerade unter dem Rammen irgendwie. Egal. Oh, sorry, sorry. Das darf nicht passieren, Alter. Ich frage mich, wie ich sowas vergessen kann. Ey, er hält mich gerade mit Scheiße. Ich habe sie... Ich habe es nicht vergessen. Das sah nur gerade irgendein... Fah, 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 fah. Das sah gerade nur irgendwie so aus, als... Äh... Würden wir versetzt stehen und nicht nebeneinander. Scheiße. Ja. Alles dem Start geschuldet. Drei Minuten 14 noch, ey. Ja, wenn sie schon vier Pausen gab, ey. Oh, jetzt rüber. Ah. Ich habe ihn weggerammt, komm. Sehr gut. Ich bin auch weggerammt. Ja. 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 Doch. Nein, ja. Sehr gut. Doch, doch. Aber ich bin einfach nicht sicher. Jawohl, direkt Kurs auf den Abpreller genommen. So, du musst fahren, ne? Ja. Kommt, deiner, deiner. Ah, der kommt nicht gut. Lass. Ja. Kein Boost gehabt. Scheiße, ey. Ey, wir schießen drei Tore, kriegen sie sofort das Gegentor. Oh, krass. Ja, Mist, hättest du doch vielleicht besser angenommen. Ist doch blöd abgeprallt. Ja, du warst dir so sicher. Ja, komm, lass ihn. Lass ihn spielen. Oh, das ist schlecht. Boah, ich hab deinen Boost gehört und dachte, scheiße, das ist ein anderer, der macht den jetzt rein. Nein, boah, Alter. Das gibt's nicht. Jawohl. Leider ist nicht schlecht, der kann die Welle gut bringen. Boah, Alter, und dann verschießt der den nur noch so. Jetzt fahr, 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 fahr. Kein Boost. Komm, 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 komm. Tor. Jawohl. Jawohl. Geil. Ihr bent nicht reingegangen. Sehr gut. Oh, komm, 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 direkt. Boah, den kriegt er nicht. Der ist drin, oder? Yeah, baby. Klar ist er drin, ja. So, jetzt schon mal zwei Tore, Vorsprung, sehr gut. Was ist denn los, ey? Zweite Spielstunde gewonnen. Deiner, deiner. Hol ich mir. Fahr weiter, fahr direkt hinterher. Boah. Wie du weggeflugt bist. Oh, den hast du nicht. Sky is the limit. Hä? Ach so, die Py... Hä, der war so... Die war nicht aufgetippst. Ja, Aufstieg. Jetzt bin ich 1-3. Und der ist einfach Gold, ey. Heftig. Der hat richtig gut gespielt. Guck mal, er sieht Geschüsse. War das der... War das der Dominus-Fahrer? Mhm. Ja, der war nicht schlecht. Der war echt gut. Der Jogi-Bär. Ja. Ah, gut, das Ding, krieg ich das. Geh nicht anders. Ah. Jawohl. Bloß nicht faken lassen, na. Kein Problem. Jetzt du. Ich hab keinen Boost. Ich hab dich nicht mehr hinten. Jetzt holt der sich den Scheiße. Boah, der kommt krass. Du bist hinten. Du bist da hinten. Komm. Ja, ich weiß. Spring, spring, spring. Boah, was, Alter? Ja, ich hab dich nicht mehr. Heftig. Der Mantis halt, ne? Ja. Du kommst nicht mit ihm zurecht, ne? Aber das heißt nicht, es ist halt schwierig, wenn du mit so einem Brett spielst und danach mit dem Octane. Das bringt mich total raus. Aber der ist nicht schlecht. Ich hab den aber heute nicht mehr. Nein. Boah. Gegen irgendein Set, ne? Früchte-Hut-Set. Gegen das Crown-Set hat ich schon getauscht. Ey, heftig, Junge, Alter. Da hab ich mir nicht gerechnet, ey. Boah. Er kam richtig schnell. Ich gern gehalten. Jetzt mal komm, Attacke hier. Antacke. Jetzt rein damit. Ne, oder? Grandios, ey. Hätte ich ja abmüssen. Geht schon wieder gut los. Ah, warte. Von solchen Idioten brauchen wir sich einschüchtern lassen, ey. Eingeschüchtert bin ich nicht, Herr. Ist drin. Ne. Gibt's nicht. Aber der. Ja, gut. Boah, Alter, ey. War'n Kampf. Egal, Tor. Hat der Jogi mir aber richtig reingeschissen, ey. Ah. Er hört, der fährt nicht. Der kommt, der kommt. Boah. Ja. Sehr gut. Sehr schön, Alter. Ich hatte keinen Boost. Zwei Boosts hatte ich, glaub ich. Zwei oder drei. Ah, ne. Den hab ich ja eingesammelt. Dann hatte ich zehn. Kleiner. Er wartet. Ah, ich merk schon. Jetzt. Alter, der Typ kann ja nichts, Alter. Der kann ja überhaupt nichts, der. Okay. Ja, der Mantis ist der erste. Carry. Smurf. Boah, gut, dass du den aus dem Winkel reingemacht hast auch, ey. Aber ich spiel ja auch nicht zusammen, ne. Boah. Boah, die hasse ich, die Bälle, ne. Mhm. Da ist es auch so gefährlich, hinterher zu fliegen, weil den kannst du so leicht verpassen. Da bist du eine Sekunde zu langsam. Oh, nein. Ja, vorbei. Nee, nee. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, bei dem will ich mich nicht darauf einlassen, dass der da vorm Tor mich holt. Ich will mal eine Aversion gegen den Mantis, ne? Ja, ist wirklich so. Er hat doch dieselbe Hitbox wie das Batmobile, oder? Soviel ich weiß. Er ist größer. Jetzt, jetzt. Ist drin. Geil. Jetzt wird ja so ein Moped-Fahrer noch rum, Alter. Ja. Wir müssen doch anscheinend auf die Fehler warten. Wir müssen trotzdem noch Druck machen, weil wenn wir den Mantis alleine lassen, dann macht er sein Spiel da. Ja. Wollte ich aber gerade sagen. Also den dürfen wir nicht alleine lassen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, krass. Ja, war doch der andere. Ja. Habe ich nicht gedacht, dass der den... Ja. Wenn der keiner hinfährt, dann... Ja, aber nicht schlecht gesprungen, ey. 4 zu 5, Alter. Das Spiel wieder in die Enden. Der hat satt getroffen. Sehr schön. Wat? Ey, mach den rein. Alter. Der wäre nicht reingegangen, ne? Ne, wäre doch nicht. Schon wieder rausgekommen. Boah, gut, ey. Ey, zieh das mal rein. 1 Minute 46, es sind 10 Tore gefallen bisher. Das ist ja fast wie im Einzel hier. Es gab noch keinen Safe in diesem Spiel. Wat? Nein. Oh, nee, ne? Puh. Sehr gut. Sehr gut. Lass den runter, lass den runter und... Oh, der neueste Spruch, ne? Nee, ne? Boah. Nee, ne? Boah, Alter. Komm, oah. Hast du. Na, kommt nix. Jetzt nur noch der Yogi. Der wartet, ey. Hab ich. Boah, der kommt auf das Tor, oder? Sehr gut, sehr gut. Boah, geil. Komm rein. Alter. Ah, nein. Scheiße, Mann. Sorry, den hätte ich reinmachen müssen. Nein. Nein. Nee, ne? Nee, 26, 25 Sekunden. So'n Ding macht er da nicht. Wie kann der die auf... Ja! Der trifft die ganze Zeit nix. Boah. Egal, komm. Wenn er zu weiter geht mit den Toren, müssen wir auch noch ein Tor schießen. Nein. Ich kann... Ich kann nicht. Du musst jetzt, komm. Ich hab keinen Buß. Ich würd den gerne nochmal bringen, aber... Scheiße. Jetzt haben wir dort echt verloren, Junge, ey. Ja, muss man... Ich werd ja eingeschwächt, das würd ich jetzt wissen. Jetzt krieg ich auch nen Früchtehut, ey. Und nen Abstieg, sauber. Gut. Das war's jetzt aber erstmal auch für diese Folge, ne? Wir sehen uns dann bei der nächsten und, äh... Danke fürs Zuschauen und ciao. Ja. Rookies. Nein. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.